Hallo liebe Freunde, dieses Spiel heißt Tiger Pit oder Sprechner Fuchs sogar, also Fax, das ist Werbung gerade, es wird ja nicht ganz übersetzt, ich schaue mal das Spiel einfach mal an, da haben wir doch schon mal einen Fuchs. Ich gehe nochmal ein bisschen lauter. Was haben wir denn hier? Füchse kann man hier kaufen. Der Kohl, wir gehen zurück. Ja, ja. Oha, viel zu viel Werbung. Wir können uns das ja kurz angucken. Das spielt jetzt nicht aus. So, wir können auch überspringen hier. Zack, zack. Hallo? 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 Hallo hier. Kastchen Uuar. dann haben wir hier kassigen oder was oder mal irgendwas drücken hier jubelt okay kann auch noch steuern keine steuern auch guck euch das an hat sich hier getan jetzt oder was und hier kommen auf jeden fall meinen die wildnis laufen das ist ja schon mal nett gemacht oder hingehen dass man die attackieren kann ich das nämlich kein attacke attacke los steine gehen auf meine güte das spawnt hier ja so wie ein arg survival war wird ich patsche dir eine nach dich daran wir zurück und da kommt wieder werbung ne du es ist einfach nur kacke also ist noch ein zes werbespiel mal wieder ja gefangen dass ich hier mal so bin ich noch und dann sage ich bis sondern die fox ist und